Ja, da erinnere ich mich dran. Da waren auch viele Ballons, ne? Ja. Schau mal, der dahinter fällt aber droht. So, merhaba ihr Lieben aus der Türkei. Ich hoffe es geht euch gut. Wir haben ja für 5 Tage hier den Campingplatz, einen Stellplatz gemietet. Da sind wir. Direkt hier, da ist glaube ich das Love Valley und da hinten ist das Rose Valley. Und heute sieht man sogar den Vulkan da hinten. Eriklidagdai oder so heißt der. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist ein Vulkan, ein ruhender Vulkan. Der ist fast 4000 Meter hoch, der Berg. Da ist Schnee drauf. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Aber den haben wir heute zum ersten Mal gesehen. Und ich finde das so beeindruckend, weil ja diese Pamukkale Welt vor 50 Millionen Jahren entstanden ist durch Vulkanausbrüche. Und dann über die ganzen Millionen Jahre durch Regen und Gezeiten mit einer Tuffschicht, so ein weiches Gestein ist es meine ich, überzogen wurde. Ja und da haben wir heute sehr bewundert und genossen. Und haben ganz langsam den Tag angehen lassen. Wir haben nämlich gestern ja hier ein Lagerfeuer gemacht im Camp. Es ist eine nette Runde hier. Das war sehr schön. Wir haben da die Feuertonne und haben dann hier abends leuchtet hier alles von der Stadt. Also haben wir das Lagerfeuer gehabt und dann mit dem Ausblick hier. Das war wirklich sehr schön und lustig und ging ein bisschen sehr lange. Aber hat sich gelohnt. Aber deswegen haben wir es heute langsam angehen lassen. Wir möchten heute einen Ausflug machen in eine Untergrundstadt. Underground City. Ja. Willst du dich mitnehmen? Ja natürlich. Du hast ja schon Schuhe an. Super. Es gibt hier in der Gegend sehr viele Untergrundstädte. Ich konnte mich überhaupt nicht entscheiden bzw. wir, wir fahren ja nicht alleine, welche wir nehmen sollen. Also die Auswahlkriterien vom Bild, von den Bildern her... Warte mal lieber, so rum geht das nicht. So, jetzt hoch. Von den Bildern her waren die Auswahlkriterien ungefähr alle gleich. Der Unterschied war für uns jetzt der ersichtliche, dass es günstiger war, teurer oder weiter weg oder näher. Und wir haben uns jetzt für so ein absolutes Mittelding entschieden. Vom Weg her 18 Kilometer. Und vom Preis her zahlen wir knapp 5 Euro pro Person umgerechnet. 200 türkische Lira. Und da sind wir sehr gespannt. Ich habe mir heute extra eine gemütliche Hose und Turnschuhe angezogen. Denn gestern war ich ja in Latschen und Rock im Freilichtmuseum am Klettern. Das war so doof. Das möchte ich nicht nochmal haben. Deswegen, ja, ihr dürft mit uns fahren natürlich. Schön, dass ihr dabei seid. So, wir sind angekommen. Ich habe hier geparkt. Hat 20 türkische Lira gekostet. Und ja, wir sind in Kaymakli, Underground City. Ja. Da geht es jetzt rein, hat uns der Parkmensch gesagt. Der hier, wo wir Parktikel bezahlen konnten. Wir schauen jetzt mal. Die haben bestimmt auch schöne Souvenirs. Hallo. Krieg ich eine Umarmung? Ja. Komm, wir gehen jetzt klettern, okay? Ja. Ja. Okay, bevor man reingeht, geht man durch den Souvenirshop natürlich. Oh, die sind so schön. Guck mal hier mit. Was ist das? Teppiche? Ja. Schön. Ja, ich weiß. Ich liebe diese. Ich liebe diese. Ich liebe diese. Ja? Du kennst, wie viel sie sind? Schau mal, Mama. Schau mal. Schau mal. Ja, aber es ist mit diesen? Ja. Wir haben natürlich erstmal in die Souvenirshops gegangen. Guck mal, hier ist so ein mit Gelb, aber das ist nicht das. Wir hatten mal eins bekommen, ein gelbes Glücksauge. Das haben wir leider verloren. Ja. Wir suchen, ob die sowas haben in der Art. Ich schau mal. Oh, schön. Ein Stein mit Silber, vielleicht für ein Armband. Oh, wir müssen eine Toilette suchen. Wir sicher. Ich glaube, es ist alles aus der Türkei, ne? Ich habe gerade Souvenirs gekauft und ich glaube, eventuell mache ich eine Verlosung auf Instagram. Wenn wir mal in Deutschland sind, dann kann ich das verschicken. Also, wenn ihr Interesse habt, könnt ihr da mal vorbeischauen. So, wir haben jetzt bezahlt. Sorry für die Position. Ihr klemmt an meinem Rucksack. Also, so seht ihr mich heute. Eintritt bezahlt. Das ist für Calvino und mich jeweils 13 Euro. Und Livia ist frei. Erst ab 8 Jahren muss man Eintritt bezahlen. Und man konnte mit Karte bezahlen. Genau. Jetzt freuen wir uns. Wir haben jetzt Souvenirs geguckt. Haben dann aber abgebrochen. Weil Calvino war so klug und hat gesagt, lass uns das doch hinterher machen. Wir sind halt so voll die Opfer. Wir gucken immer sofort. Ja, wir sind voll die Turi-Opfer. Du bist aber nicht voll die Opfer. Du bist nur voll die Opfer. Ja, Turi-Opfer. Ja, das auch. Manchmal. Nein. Nein, aber... Ja, also wir sind in Kaimakli Underground City. Wenn euch das gefällt. Von Göreme war das halbe Stunde sind wir gefahren, ne? Ach, ich weiß ja, wie viele Kilometer. War okay, die Straßen. War nicht zu voll. Oh, voll schön. Der schlechteste Tag ist. Ja. Eher als Wochenende, ne? Bis Sonntag. Bis Sonntag. Wo waren denn die? Ja, wenn die bereit waren. Ja. Livia, pack das mal jetzt ein. Wir gehen jetzt da rein in den Tunnel. Also, da geht's jetzt gleich rein. Very tight, I think. Okay. Also, es ist nichts für Menschen mit Klaustrophobie, denke ich mal. Livia, du bleibst schön bei Mima und mir, okay? Livia passt hier super überall. Ja, Livia... Oh, wir können da drin stehen. Okay. Okay. Boah, das ist aber echt sehr voll hier. Wow. Yeah, we have to. No, we can stand up after this thing. Yeah. 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 Come here, wir müssen auf der Seite bleiben. Maybe we should wait for... I don't know. Yeah. Guck mal hier. Guck mal, ein Loch. Geh mal da drauf. Ja, komm her, ich heb dich hoch. Eins, zwei, drei. Hopp! Wow, ein Schlafzimmer oder so. Ja, komm, Livia. Ja, komm, Livia. Komm, Krabbel. Ja, ich glaube, du hast es richtig gesehen. Ja, komm, Livia. Komm, Krabbel. Du schaffst das. Ja. Picture, picture. Für sie ist es die richtige Größe. Wow. Eine Höhle. Ich geh rein, kommst du mit? Geh mal rein. Pass auf, da sind ganz viele Läser. Das könnten früher sowas wie Schlafzimmer gewesen sein. Oh mein Gott, das ist der absolute Wahnsinn. Jone, komm in Zeit, Calvino? Ja? Ja, dann komm, wir gehen wieder raus. Ja? Why? Livia, geht's dir gut so, Livia? Es ist ganz dunkel, ganz treppend und eng. Livia, brauchst du Hilfe? Claire? Claire? I'm coming. Olivia? Das ist so krass. Da steht dann zum Beispiel, hier wurde das Essen gehalten, also Vorratskammer. Oder hier wurde geschlafen. So interessant, dass die Menschen wirklich so gelebt haben. Hallo! Wir sind in einem dunklen Tunnel, wo wir uns so bücken müssen. Traust du dich, Livia? Wir haben zum Glück Taschenlampen dabei. Ja, ich bin bei dir, ich halte dich fest. Claire wartet oben hin, Livia. Das ist ein bisschen zu eng. Oh, Reha? Oh, und man kann auch hier rein. Oh mein Gott, seht ihr überhaupt was? Wow! So schön, das ist auch immer gut. Doch nicht. Doch nicht? Dann gehen wir hier rein, dann warten wir eben. Geh mal hier rein. Hier? Ja, geh da rein, dann können die anderen vorbei. Also gehen wir hier rein. Ja? Du okay? Ja, bist du okay? Sind Sie immer noch rein? Ich weiß, sie sagte, ich könnte nachher rein. Ja? 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 Wann zu gehen? Ja? Ja? Ich weiß nicht, sie sagte, ich könnte nachher rein. Mama! Ja? Ja? Ja, willst du nachher rein? Ja. Ja? 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 Ja, wir sind fast da. Das war Calvin, Olivia. Das hat Spaß gemacht. So staubig hier. Ja, wir gehen raus. Geh du vor? Wir gehen zurück. Warte auf mich, Olivia. So eng. Es ist sehr staubig und sehr kalt. Es fühlt sich ein bisschen an wie in einem Überlebenstraining, weil man auch klettern muss. Aber es ist wirklich bei mir das Coolste, was ich je gemacht habe. Wir sind jetzt rausgegangen. Die Eltern und Olivia, ja? Mama, die Motoren? Ja, das ist rot. Und guck mal, das ist das Tunnelsystem. Und unten ist Wasser. They have to carry all the water through those tight tunnels. Das ist crazy. Mama. Wir sind jetzt im Auto. Boah, wie lange waren wir jetzt insgesamt hier? Vier Stunden oder so. Das hat sehr viel Spaß gemacht, da dran zu klettern. Aber das war auch sehr anstrengend. Und der Hals, der wird so ganz trocken. Hast du das auch, Calvin, dass der Hals so trocken geworden ist? Weil die Luft so staubig wurde, war. Und dann so ganz kalt. Umso weiter man reingegangen ist, umso kühler wurde es. Und dann dieser ganze Staub. Ich glaube, wir werden heiser. Ich weiß aber, es fühlt sich gerade nur so an. Man hat ganz viel Durst jetzt. Alles fühlt sich trocken an. Die Lippen, die Hände. Aber es war so, so cool. Oh, meine auch. Alles ist trocken, ne? Ja. Jetzt waren wir noch alle einmal auf Toilette. Und jetzt fahren wir nach Hause. Auto ist noch da offensichtlich. Wir sitzen drin. Und ja, gucken wir mal, was der Papa so zu Hause macht, ne? Hello. Hallo. Hallo. Gut, ne? Mama, du nach hinten gehen. Okay? Fährst du uns nach Hause? Ja. Ihr beide müsst raus gehen. Raus? Ja. Lässt du uns hier? Nein, ich fahre und dann ich euch abhole. Aber nur so tun. Dann die euch raus. Okay? Können wir auch so tun, als ob wir aussteigen. Okay. Okay. So. Ich habe uns gut nach Hause gebracht. Wieder. Und jetzt wollte ich den Vlog noch beenden. Danke fürs Zuschauen und bis morgen in alter Frische. Tschüss. Bitte. Nein. Danke fürs Zuschauen.